Mit dem schönen Namen Charaktervoll HV. Kommt mir vor, Contendo 1, Züchter Manfred von Alwir, der Grönwoldhof. Das HV steht für die Holsteiner, Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH im Sattel der Schwede Rolf Göran Bengtsson. Kommt mir vor, Contendo 1, Capitol 1, Caletto 2, Holsteiner Stamm 474a, aus dem gleichen Stamm wie Lavaletto. In gewohnt ruhiger, sicherer Art, im Sattel agierend Rolf Göran Bengtsson. Der Charaktervoll schon auf einen zweiten Platz in der internationalen Youngster Tour von Herning in Dänemark pilotieren konnte. Auch in Leipzig erfolgreich gewesen. Feine Runde, leichte Berührung hier noch am letzten Ochser, aber alles liegen geliebend, 66,25 Sekunden. Rang 5. GSI Sir Dominator Westfale vom Dominator 2000Z und Arpeggio aus der Zucht der Gripshöfer BR aus Werne. Sehen wir Harm Lade im Sattel für den Reitclub Ellengestüt Drei Eichen. Er liegt bei Königslutter in der Nähe Braunschweigs. Dort ist er ja seit einiger Zeit schon Betriebsleiter. Er ist ja seit einiger Zeit schon Betriebsleiter. Er ist ja seit einiger Zeit schon Betriebsleiter.